Du sagst in Marvins Videos, wenn ist dann richtig, schön dass du es einsehst, richtig und wichtig, ich hab nichts gegen dich, das hier ist Satire, doch tut mir leid, dass ich dich heute skapiere, König des Internets, er muss sich lachen, hab kein Problem, mach deine Sachen, in deinem Stream sind erwachsene Mangelware und ein Halbläß nach wie das MdH von Dopa Ware. Während du im Dschungel bist, macht sie einen kleinen Twist, wenn sie wie nen schlanken Typen und keinen, der nur frisst, kauf deinen Alt oder mach deine Schoß, aber bitte tanzt nicht. Niesentos. Kaufmann im Büro, war wohl nichts für dich, deswegen machst du dich im TV lustig. Alle lachen über dich, doch du checkst es nicht, ohne Casino und Montevideo nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.